Hi und herzlich willkommen bei Owned. Mein Name ist Halbgott und heute dreht sich wieder alles rund um das Thema Streamen mit der PlayStation 5. Doch heute brauchen wir keine Capture Card oder sonst irgendwas, denn wir streamen einfach mit der PlayStation 5 und können aber trotzdem Overlays, Alerts und alles mitnehmen. Das mit einem Programm namens Lightstream. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, wie ich schon im letzten Video angekündigt, geht es heute darum, wie man mit der PlayStation 5 streamen kann und trotzdem auch ohne Capture Card nicht auf Overlays, Alerts und sonstiges verzichten muss. Die Rede ist von einem Zusatzprogramm bzw. von einer Plattform, die sich Lightstream nennt. Lightstream ist im Endeffekt ein Streaming-Anbieter, bei der ihr ein paar Einstellungen auf der PlayStation macht und dann direkt eure Bildschirmübertragung bzw. das Streamen von der PlayStation direkt auf ihre Plattform macht. Auf der Plattform habt ihr dann eine ganz gewohnte Oberfläche, wo ihr einen schönen Editor habt, wo ihr dann Alerts und Overlays und alles einstellen könnt und gleichzeitig natürlich auch eure Bildschirmübertragung von der PlayStation. Ihr braucht also keine Capture Card oder sonstiges teures Equipment, sondern ihr könnt von der PlayStation ohne Probleme auf ihre Plattform streamen und von dort geht das Ganze dann auf Twitch, YouTube oder wo auch immer ihr streamen wollt. Das Ganze ist wirklich eine super Sache und wir schauen uns jetzt das heute mal an, wie man das einrichtet, wie man es verwendet und worauf man zu achten hat. Um das Ganze einzurichten, geht ihr auf die Webseite golightstream.com. Das ist im Endeffekt die Webseite und die leitet euch dann auch hier rauf. Und wie ihr schon sehen könnt, wir können streamen auf Twitch, Facebook, YouTube oder sonst wo. Wir können also einfach auswählen, wohin wir streamen wollen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Um das Ganze einzurichten, gehen wir auf Start Streaming. Anschließend werden wir gebeten, eine kostenpflichtige Mitgliedschaft auszuführen. Das ist natürlich ganz wichtig. Lightstream verlangt für diese Funktionen Geld. Denn es hat ja auch die Möglichkeit, ihr spart euch die Capture Card, ihr spart euch sonstiges Equipment. Ihr könnt alles, was ihr hier machen wollt, streamen. Das heißt, ihr müsst euch hier auf jeden Fall für eins dieser beiden Möglichkeiten entscheiden. In Abhängigkeit auch von eurer Qualität. Beispielsweise haben wir jetzt hier 720p, 60 FPS oder 1080p, 30 FPS. Das wären 16 Euro pro Monat. Oder ihr könnt das Ganze auch umstellen auf jährlich. Das wären dann 14 Euro pro Monat umgerechnet. Ihr könnt auf der anderen Seite als Creator noch viel, viel mehr machen. Hier habt ihr auch wieder die ganz normale Einstellmöglichkeit mit der Qualität. Habt aber die Möglichkeit, dass ihr sogar noch über die Plattform andere Streams einbinden könnt. Das heißt, verschiedene Gäste beispielsweise, die ihre Webcams streamen. Ihr könnt euren PC-Screen sharen und ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Hier müsst ihr für euch entscheiden, was für euch das Wichtigste ist. Grundsätzlich geht es mal, wenn wir wirklich nur die Playstation oder so streamen wollen, auf jeden Fall in Richtung Gamer. Sobald ihr euch für ein Abonnement entschieden habt, kommt ihr auf diese Seite. Rechts oben wird euch quasi angezeigt, mit welchem Profil ihr eingeloggt seid. Und ansonsten erinnert das Ganze doch an eine ganz normale Seite, wo man Overlays erstellen kann. Beziehungsweise eine ganz normale Einrichtung eines Streams. Ihr findet links unten den Audio-Mixer und das ist so meiner Meinung nach das Erste und Wichtigste, was man machen sollte. Ihr könnt hier auf diese Dropbar klicken und anschließend euer Audio-Gerät auswählen. In meinem Fall lasse ich einfach mal dieses Rift-Audio hier drin. Und anschließend habt ihr dann weitere Möglichkeiten, verschiedene Layers, also Ebenen hinzuzufügen. Das Ganze ist auch eigentlich identisch zu OBS. Sobald ihr hier auf das Plus klickt, ist es wie, als würdet ihr eine Quelle hinzufügen. Ihr habt also die Möglichkeit einfach einen ganz normalen Text hinzuzufügen, ein Bild, eine Slideshow, ein Videoclip, alles was ihr möchtet an normalen Medien und gleichzeitig aber auch Kamera und Audio-Sources. Ihr könnt also hier beispielsweise auf die Kamera klicken und dann einfach mal beispielsweise den Elgato-Screen-Link nehmen. Dieser Elgato-Screen-Link soll jetzt einfach mal unsere Kamera darstellen, die wir dann auf die jeweilige Größe und Position anpassen, wie wir sie möchten. Und nun kommt das Coolste daran. Das Ganze ist jetzt natürlich alles mal im Browser. Und wenn wir jetzt hier auf Layer hinzufügen klicken, können wir hier unter Videoclip auch Overlays hinzufügen. Das Ganze muss in einem WebM-File-Format sein. Das bekommt ihr auch, wenn ihr direkt ein Overlay by Own bestellt. Beispielsweise habe ich hier eines aus der Brave-Serie. Und das habe ich schon hochgeladen. Und wenn ich hier draufklicke, wird das automatisch reingeladen. Ich kann das also an die jeweilige Position stellen, wo ich es möchte. Kann dann, wenn ich merke, oh es ist doch hinten dran, ich möchte es aber eigentlich im Vordergrund haben, kann ich auch ganz normal die Positionen hier hin und her schieben, wie ich sie möchte. Und schon ist das Overlay über der Kamera und es sieht schon viel, viel besser aus. Doch nun kommen wir jetzt mal zum Eigentlichen. Das Ganze ist wirklich super zum Einrichten und extrem einfach. Ihr könnt euch da wirklich austoben, Videos hochladen, Bilder hochladen und wirklich viel einstellen. Aber die wichtigste Frage ist doch eigentlich, und darum sind wir auch hier. Wie kriegen wir unsere Playstation ohne Capture-Card in diese Software, beziehungsweise diese Website rein? Und dazu müssen wir einmal eine Einstellung tätigen an der Playstation. Und deswegen switchen wir jetzt auch direkt mal rüber. So, wir befinden uns jetzt auf der Playstation und hier müssen wir eine kleine Änderung machen. Und zwar müssen wir unsere DNS-Adresse ändern. Das Ganze funktioniert so, dass wir quasi der Playstation sagen, sie soll nicht auf die jeweilige Plattformen streamen, sondern auf Lightstream. Lightstream sagt dann quasi, okay, wir sind die Upload-Server. Hier schickst du dein Bild hin, dass du eigentlich auf Twitch, YouTube oder sonst wo direkt streamen wirst. Somit fungiert Lightstream im Endeffekt als Mittelsmann zwischen Twitch und der Playstation. Und der Mittelsmann fügt Overlay, Sound, Facecam, alles mögliche, was ihr eben drin haben wollt, hinzu. Und das ist eben diese coole Sache dabei. Wir wechseln, um diese DNS-Adresse zu ändern, natürlich in unsere Netzwerkeinstellungen. Dazu gehen wir auf Einstellungen, anschließend auf Netzwerk. Anschließend gehen wir eins nach unten auf unsere Einstellungen, klicken dann auf Internetverbindung einrichten. Je nachdem, ob ihr LAN oder WLAN habt, unterscheiden sich hier die Einstellungen. Aber da ihr ja im Netzwerk drin seid, klickt ihr einfach auf das jeweilige Netzwerk, dann auf die erweiterten Einstellungen und wechselt anschließend auf die DNS-Einstellungen. Hier klickt ihr auf Manuell und gebt anschließend bei primäres DNS folgende Adresse ein. 52, 143, 11 und 150. Sobald wir das gemacht haben, wird eben nicht der Twitch-Server direkt kontaktiert oder der Streaming-Server, wo wir eben hingehen, sondern es wird zwischengeleitet auf Lightstream. Das ändert nichts an eurem Download, das ändert auch nichts an eurem Spiel oder Sonstiges. Das ist im Endeffekt wirklich nur, wenn ihr über diese Share-Taste streamen wollt. Ihr drückt anschließend auf OK und sonst hat sich auch nichts geändert. Das Wichtigste ist, dass ihr jetzt erstmal ein Spiel startet. Wir starten jetzt in meinem Fall mal Resident Evil. Sobald ihr anschließend ein Spiel gestartet habt, könnt ihr auf dem Controller die sogenannte Sharing-Taste drücken. Das ist auf dieser Seite dieser Knopf. Und sobald ihr den drückt, öffnet sich ein Menü. Und hier könnt ihr bei Übertragung anschließend einen Titel eingeben, der es dann auch wird. Beispielsweise in meinem Fall mache ich jetzt einfach mal Test. Und anschließend könnt ihr hier auf Übertragen klicken und schon wird die Übertragung gestartet. Nun läuft das Ganze in Lightstream. Deswegen switchen wir nochmal rüber auf den PC und schauen uns das dann an. Sobald wir jetzt auf der Playstation Live gegangen sind, gehen wir automatisch auf Twitch Live. Und wie ihr seht, könnt ihr dann hier auch den Chat sehen. Oben seht ihr einen Stream-Output. Das könnt ihr auch einfahren. Und wie ihr seht, können wir jetzt auch mit der Playstation ganz normal spielen. Das ist im Endeffekt die Live-Übertragung, die ihr dann auch auf Twitch seht. Ihr könnt Overlays und alles drum und dran einstellen und gleichzeitig das auf Twitch-Stream. Ihr seht auch rechts oben Update-Stream. Ihr könnt also das nochmal aktualisieren und so weiter und so fort. Und das ist wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Denn ich bin jetzt gerade live beispielsweise mit eben Resident Evil im Hintergrund und das ganz ohne Capture-Card und nur mit einer minimalen Einstellung. Das Ganze nennt sich eben Game Source und ist standardmäßig schon drin, sollte das bei euch nicht drin sein. Ganz normal über die Layers. Und das ist eigentlich schon alles, was es hier auf Lightstream gibt. Ihr könnt jetzt hier euer Overlay einstellen und so weiter und so fort. Und wenn ihr das Ganze ändern wollt, beziehungsweise wieder offline gehen wollt, müsst ihr das natürlich auch auf der Playstation machen. Das sehen die Zuschauer nicht. Wenn ihr jetzt also den Share-Button drückt, sieht man das eben in Lightstream nicht. Wenn ihr das Ganze aber auf der Playstation dann macht, dann drückt ihr ganz normal den Share-Button und anschließend bei Übertragung auf Übertragung beenden. Und anschließend ist auch Lightstream offline. Lightstream sagt dann auch wieder die Game Source ist offline, der Stream ist vorbei. Und das war eigentlich schon alles. Das ist wirklich diese einzige Einstellung, die man machen muss. In den Netzwerkeinstellungen das Ganze ändern und schon könnt ihr live euer Playstation-Screen übertragen, ohne dass ihr teure Hardware oder überhaupt einen PC braucht. Ihr könntet das Ganze auf einem Laptop einrichten, den kompletten Stream und alles drum und dran. Und ihr bräuchtet sonst nichts. Es muss wirklich nur die Playstation mit dem Internet verbunden sein, die einstellen gemacht sein. Und das war aber noch lange nicht alles, denn ihr könnt im Endeffekt noch viel, viel mehr damit machen. Wir haben jetzt wirklich nur die Basics gemacht. Unsere Playstation übertragen. Einen Teil von unserem Overlay eingefügt, eine Facecam eingefügt und unsere Audio-Geräte angepasst. Aber ihr könnt noch viel, viel mehr damit machen. Wenn ihr jetzt beispielsweise mal auf die Layers hier klickt und dann auf Third-Party-Integration, dann trifft einem fast der Schlag, was für Möglichkeiten es hier alles gibt. Von Stream-Elements bis Stream-Labs bis Hippie-Stream. Alles mögliche ist hier drin. Und ich denke, es gibt bestimmt Leute, die von euch schon mal bei irgendeiner anderen Plattform waren. Ich persönlich bin beispielsweise bei Stream-Elements. Ich kann also hier einfach draufklicken und mir anschließend eine URL von Stream-Elements holen. Das heißt, ich bin jetzt beispielsweise hier auf Stream-Elements und möchte meinen Be-Right-Back-Screen haben. Ich klicke dann also anschließend auf URL kopieren und switche wieder zurück hier rein und gebe einfach nur diese URL an. Drücke auf Enter und automatisch wird genau das erstellte Overlay hier geladen. Das kann ich dann von der Größe anpassen, wie ich es möchte, hinschieben, wo ich es möchte und so weiter und so fort. Das Ganze beinhaltet natürlich dann die Videos, die Bilder, die Alerts. Alles, was eben in diesem Overlay drinsteckt, kann ich hier übertragen. Das heißt, das übernimmt meine komplette Rechenleistung. Ich muss also wirklich nur noch dafür sorgen, dass ich einen Stream habe von meiner Playstation bis zu Lightstream. Und dann muss ich mir keinerlei Gedanken mehr machen. Denn alles, was hierüber geht, wird dann eben auch auf Twitch gestreamt. Der Zwischenschritt zu Lightstream muss natürlich gemacht werden. Das geht ganz einfach über diese Einstellung. Und das macht es mir halt dann auch wirklich einfach, weil man halt trotzdem ungebunden ist. Ich kann, wie gesagt, meinen Overlayer kaufen. Ich kann es aber auch bei Stream-Elements machen und dann nur das Bild übertragen. Es bietet uns extrem viele Möglichkeiten, die man nur mit einer Playstation niemals haben könnte. Und das ist halt wirklich der Vorteil daran. Das war jetzt noch eine Möglichkeit, die ihr habt, um mit der Playstation 5 live zu gehen und trotzdem Overlays und Alerts und alles mitzunehmen. Eine super gute Sache, die auch wirklich Spaß macht einzurichten, weil es wirklich verständlich ist und super gut funktioniert. Es macht wirklich vieles einfacher, wenn man auf keine Software angewiesen ist, sondern einfach das Ganze auf die Webseite macht. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein Vorteil, wenn man eine Capture-Card hat, weil man da natürlich alles streamen kann. Hier kann ich jetzt wirklich nur in einem Spiel sein und nicht die ganze Playstation zeigen. Und das war es mit Lightstream. Das ist eigentlich schon alles. Es ist, wie gesagt, nur diese eine kleine Einstellung, die man machen muss, in den Netzwerk-DNS-Einstellungen der Playstation. Und anschließend kann Lightstream ganz normal eingerichtet werden. Ihr habt alle Möglichkeiten, die es gibt. Tobt euch einfach aus, probiert es mal aus. Es gibt eine siebentägige Testversion, die euch keinen Cent abbucht. Ihr werdet auf jeden Fall viel zu tun haben, wenn ihr alle Features ausprobieren wollt. Und wer es doch ein bisschen konventioneller möchte, der schaut jetzt einfach mal in die rechte obere Ecke und sieht da das vorherige Video, wie man mit der Playstation 5 und einer Capture-Card das Ganze in OBS bringt und dementsprechend auf Twitch streamen kann, beziehungsweise alle Freiheiten von OBS eben hat. Ansonsten war es das für heute. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich wieder liebend, liebend gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden sie bestmöglich beantworten. Und ansonsten heißt es von mir, immer ganz viel Spaß beim Streamen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.